So ein Mist! Verdammter Mist! Es gibt Millionen, nein Milliarden von gut ausgebauten, asphaltierten Straßen und ich bin ganz sicher, eine ist auch darunter, die führt genau dahin, wo Sie hin müssen. Aber nein, es muss ein Feldweg im Naturschutzgebiet sein. Oh. Ja genau, oh. Aber bei euch Städtern ist es ja egal, ob ihr die Luft verpestet, die Tiere verscheucht oder die Pflanzen zerstört. Wenn Sie mal kurz mit Ihrer Ökomoralpredigt aufhören würden, um mir hier aus der Patsche zu helfen, dann können Sie mich danach so lange beschimpfen, wie Sie wollen. Weil eigentlich bin ich nämlich gar nicht so rücksichtslos. Es ist einfach nur diese Millionen und Milliarden von Straßen, die mich völlig durcheinander bringen. Mein Orientierungssinn ist auch nicht gerade der Beste und im Kartenlesen bin ich auch nicht wirklich weltklasse. Sagen Sie, können Sie auch mal still sein? Die einzige Möglichkeit, einen Reporter zum Schweigen zu bringen, ist ein 14-Gänger-Menü. Aha, Sie sind Reporterin? Reisejournalistin. Eine Reisejournalistin ohne Orientierungssinn, die keine Karten lesen kann. Finde ich gut. Haben Sie einen Abschlipssaal? Ähm, ja. Und bei der Gelegenheit, könnten Sie mir sagen, wo Schoss Ehrenfels liegt? Eins nach dem anderen. Dankeschön.